Musik Hätten Sie vielleicht Wasser für uns übrig? Oder Brot? Bitte Wasser! Wasser! Wasser, bitte! Sie müssen wohl Ihren Heldendrang an diesen armen Menschen austoben, Sie Pfeife. Hat wohl an der Front nicht so recht geklappt. Das, Menschen! Der Führer befreit uns endlich von dieser Pest! Kommt schon! Stehen bleiben! Sind Sie wahnsinnig? Wollen Sie auf einen deutschen Oberordner schießen? Das wollten Sie doch gerade tun. Sie bringe ich vor das Kriegsgericht. Ja, aber bevor der Krieg zu Ende ist, sonst hängen Sie selber am Geigen. Und ihr wollt deutsche Soldaten sein? Verräter, Feiglinge, Deserteure seid ihr? Nächstens nicht so ein Held wie du, du Arschloch! Abfahren! Abfahren! Los, Leute! Gebt Ihnen alles, was Sie haben! Sobald abfahren! Die ganze Nacht auf den Gacier! Wir werden jetzt ein bisschen versuchen, dass wir gehen wollen. Die Kriegsgericht werden heute über die Kriegsgericht verletzt. In Ordnung? Schmerz! Abfahren! Wir dürfen nicht! Gruppen Transport! Das ist ein Brieschen! Was? Das ist mir scheißegal! Wir fahren jetzt sofort weiter! Minus 200, 300 Meter! Danke! 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 Danke!